Wie das hier in der Arena aussieht mit diesen Punkten da auf der Minikarte, wo ich überall hingelatscht bin beim Bosskampf. Da geht es jetzt nicht mehr weiter, oder? Oder habe ich irgendwas übersehen? Wir haben jetzt einen Blutcode bekommen, ja, aber... Wo gingen die Linien lang? Die gingen nach zurück, zurück zu den Ruinen. Aber da waren wir doch schon. Hm. Ich gehe mal zum Mistis zurück und schaue mal, was dieser neuer Blutcode kann. Wir haben Giftfalle. Verteilt Ichor in der Umgebung, erschafft eine Giftfälle, die sich in Angreifer frisst. Fall Schadenreduzierung. Reduziert den durch Herunterfallen erlittenen Schaden. Fallt ein Projektil ab, das dein Ziel vergiftet. Giftverstärkung. Stattet deine Akkulwaffe mit dem Gifteffekt aus, während du fokussiert bist. Das ist der Passive. Aha. Blutgebrüll. Erzeugt ein Projektil aus verseuchtem Blut, das auf das Ziel zufliegt. Blutraubendes Gift. Erhalte Ichor bei den Gegner innerhalb eines bestimmten Radios Schaden durch Gift erleiden. Das klingt eigentlich geil. Nimm mich. Das ist der Passive. Aber ich kann es doch nicht verstärken. Haha. Gut. Bzw. ich kann es nicht meistens, damit ich es nutzen kann. Giftfalle, Beherrschung, maximieren, kriege ich auch nicht. Hm. Ja. Weiß ich nicht. Voila. Wir gehen mal zur Basis und schauen mal, was jetzt unser Ziel ist. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es wirklich sehr. Es ist halt echt geil. Muss ich zugeben. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Es ist halt echt geil. Ich liebe es. Ich liebe es. So. Karte. Was? Wo muss ich hin? Und er sucht das Zentrum der Ruinen der Stadt. Ich glaube, ich habe es geschafft. ich glaube ich habe ach guck mal hier ist die menschenfrau ich glaube ich habe auf dem weg zum boss also kurz davor habe ich anscheinend irgendeine abspeilung verpasst es gibt keine es gibt die kina siketsu aber es gibt kina Kein Problem. Mach ich gerne. Ah, guck mal, sie hat den O-Bag. Hab ich dir irgendwas? Nee. Nee, da fehlt mir noch B. Ich hab nicht genug Materialien. Oh, ich hab keinen Königin Stahl. Ach, das sind die Königin Eisen und Teile, die ich habe. Okay. Dann werte ich meinen aktuellen Blutschleier auf. Kann ich auch meine Waffe aufwerten? Ja. Verkaufen. Das, das nutze ich sowieso nicht. Das, das hier würde ich ganz gerne noch behalten. Vielleicht ist das irgendwann ganz gut. Die Werte sind halt auch nicht so gut, ne? Hm. Eleganter Füller. Ein mit Geduld und Liebe von einem echten Künstlerschaffender Füller. Viele schätzen das angenehme Gleichgewicht. Das ist okay, kannst du behalten. Der passt zu dir. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass du mit einem Füller schreibst. Oh, der hat neue Sachen. Luis-Icho-Mischung. Ein Medikament aus Luis Blut mit dem Icho eines Verlorenen. Er wird bei Benutzung die maximale Menge an Icho, die getragen werden kann. Gut, aber ich brauchte ja für 10 Handelspunkte. Ich hätte ja gerne die Waffe, ne? Das wäre halt schon geil. Ich glaube, ich sollte bei ihm Kostbarkeits- äh Handelspunkte sammeln. Oh, ich hab nichts mehr. Aber dann klauen wir ihm die Waffe. Ich denke mal, es ist nicht seine Originale. Hm. Ich weiß nicht. Ich meine, es wird ein Weilchen dauern, bis ich 50 Handelspunkte habe. Das dauert sehr, sehr lange. Okay, wir haben 33 Prozent, da fehlt auf jeden Fall irgendwo noch was. Ich meine, ich hab ja irgendwo recht weit oben noch ein paar Gegner gesehen und ne Light, aber ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme. Ich glaube, ich muss einfach mal den ganzen Weg zurück, aber dann kommen wir an den ganzen doofen Gegner wieder lang. Weil hier kommen wir nicht mehr weiter. Hier ist halt echt wirklich gar nichts. Hier ist eine neue Sprachausgabe erworben. Was hab ich, eine neue Sprachausgabe erworben? Okay. Kann ich jetzt auf Französisch stellen? Sie können jetzt schweizerdeutsch. Nein. Hm. Keine Ahnung. Okay, nochmal nachgucken. Hier geht's bestimmt nicht mehr lang. Nee. Ich hab irgendeine Absaugung verpasst. Okay, wir gehen zurück. Ey, magische Bombe müssen wir hin. Nee, der sagt mir das nicht. Da sind ja bloß die Blutperlen dran, die wir sammeln. Irgendwo hab ich ne... Irgendwo hab ich ne... Irgendwo hab ich auf jeden Fall ne Absaugung verpasst. Weil da hinten ist halt noch so ne verdorrte Mistel. Und da oben kann ich irgendwo hin. Aber wie ist jetzt die Frage? Wie ist die Frage? Da muss ich ja irgendwie hinkommen. Hm. Pfff. 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 Ja, das sah auch so aus. Das Blitzding ist auch so mega, ne? Ach, guck mal. Ach, guck mal. Ich hab's gefunden. Wir müssen hier lang. Geheimer Geheim, ja. Okay. Jetzt sind wir nämlich hier oben. Und Feuer war wieder unten. Jaja... Was machst du für Geräusche? Yes, 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 yes. Er macht merkwürdige Geräusche. Oh, verdammt. Dass es doch immer aufladen muss, ne? Ich bin fast tot. Oh, ich bin... Okay! Jo. Und weiter? Wo komm ich da hin? Wie, da war ich ja schon. Aber da muss ich ja da irgendwie einen Weg verpasst haben. Warte mal, da geht's runter. Da denn schon? Nee. Hm. 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 Warte doch da hoch. Da hängt jetzt mal ein Schiff. Ach gut. So viele Wege, ja. Das stimmt allerdings. Und da liegt auch noch was. Ich habe so viel verpasst. Weil ich es nicht gesehen habe. Schoko-Knoblauch-Flocken. Mmh, geil. Knoblauch. Da liegt auch noch was. Habe ich auch übersehen. Was soll ich mit dem Dolch? Ja, wahrscheinlich haben wir wirklich schon 500 Wege verpasst. Da unten geht es runter. Hier waren wir nämlich noch nicht. Und ich bin den ganzen Weg gelaufen, um eine Mystic zu suchen. Wirklich? Wirklich? Okay. Gut. Ich habe verstanden. Ach, jetzt weiß ich, wo ich bin. Guck mal. Ball halt runter. Karte. Ja. Ja, bestimmt Tiefen. Wahrscheinlich. Okay. Oh. Wie mach ich das? Nicht runterfallen! Wie bist du hierhin gefolgt? Lol. Okay. Gut. Dann haben wir das schon mal aktiviert. Dann geht's jetzt hier weiter. Oha. Oh, nee. Oh, nee. Okay, wir machen das. Weil das Blitzding ist mega, find ich. Hallo! Ich find das Blitzding mega. Aua. Aua! Wie, du musst schaden. Tja. Ah, ah. Du machst sehr, sehr viel schon. Aufstand-Unterdrücker. Mhm. Hast du Waffe? Sache. Äh, okay. Hier geht's dann doch nicht so wirklich weiter. Also. Hm. Ja. Ich weiß halt immer noch nicht, wie ich zu dieser verfaulten Misse komme. Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Muss denn noch irgendwie hinkommen? So. Ja. Ja, natürlich. Die hat in der Regel gekommen. Äh. Du bist es. Wo muss ich lang? Ah cool, ich kann sogar von oben angreifen. Ah! Oh! Dort hinten muss man doch irgendwie hinkommen zu dieser Distel dort oben, aber wie? Oh. Da oben. Aber wie? Ich komme hier oben hin, ja aber... Das bringt mir nichts. Da drüben. Ist das irgendwie... Ich habe mich jetzt schon verlaufen. Ich weiß ungefähr, wo wir sind, aber nicht wie ich da oben hinkomme. Da habe ich nämlich keinen Plan. Mein Hirn merkt sich alles so sehr links zu weg, aber erst gerade habe ich keinen Plan. Wo bist du denn? Was? Ja... Gebt mir dann ich auch! Dankeschön. Ach guck mal, hier unten war ich noch gar nicht. Aua. Ja. Ich kann schon nicht runter, also hoffe ich. Ist da die Miste? Ja! Ich habe sie! Ich weiß nicht wie, aber ey... Na, ich habe da so einen Weg gefunden, wo ich runterspringen konnte, aber... Jetzt lang geht! Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe es gesehen, aber ja. Ich meine... Wir haben jetzt alles. Muss ja dann irgendwo anders noch weitergehen. Hm. Ich gehe immer so ein Mistel. Dann Teleport. Ich meine, da muss er jetzt stehen, ob ich 100% habe oder nicht. Oder ich sterbe davor. Ah. Gut, dass der Doops direkt hier vor der Tür ist. Es kann doch nur mir passieren. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ich habe 83%. Irgendwas fehlt mir. Ja. Wahrscheinlich das Ding, was ich da oben einsammeln konnte. Dieses Überreste-Ding. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Was ist da eventuell lang? Glaube ich nicht. Oh. Tschüss. Wenn das so einfach geht. Gerne. Oh. Bitte nicht wieder runterfallen. Da unten. Oh Gott. Ah. So gut. Okay. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Ich habe dich! Ich weiß jetzt, wo es das gab. Okay, wie komme ich da hin? Hallo! Über den! Komm her! Nein, okay, doch nicht. Wie komme ich denn da hin? Da weiß ich mich noch nicht. Hm. Da oben war ich noch nicht, aber wie komme ich da hin? Ist jetzt die Frage. We found loot. Yes. We found loot. Gutch! Hama! Ich traue mich nicht gegen ihn zu kämpfen Aua, das meine ich Bitte du ihn bitte, das ist für MEGA! Oder ich? Ok Ich glaube wir haben gleich 100% Ich hoffe ich Bereitswert Wie sieht denn das aus? Du bist sehr langsam Ne, du lass mal Hallo Splitter Ach guck mal jetzt sind wir hier oben Ok Ja, das war's Eigentlich müsste ich jetzt 100% haben Oh ne, ich war hier noch nicht Wir finden immer wieder was Den erschrecken wir jetzt Ok Hammer Hier geht's nicht weiter Jetzt müssen wir aber alles haben Oder geht's hier weiter? Ne Jetzt müssen wir eigentlich alles haben 100% Ja, wir haben 100% Das steht da rechts oben Sehr cool Die Frage ist jetzt Wohin jetzt? Weil ich habe hier alles Den Boss habe ich hier besiegt Hm Geh mal zurück zum Mistel? Muss ja dann irgendwo anders hin Hier fehlt noch irgendwas Geh mal zum Nest zurück Da hab ich noch nicht alles Also auf Klo Dann haben wir ein nächstes Gebiet 100% abgeschlossen Voll gut Dass ich überhaupt so motiviert bin Dass ich überhaupt so motiviert bin Das 100% zu machen Ok Ich geh fix auf Toilette Und dann geht's weiter Bis gleich Bis gleich overweight elevated Musik gibt es Das stopped schnell Es Journey off kleinen 其实 Eigentlich Um deemed imento Len kijken Wenn Vielen Dank. 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 Es wurde geklaut. Ich habe Lust auf Pralinen. Habt ihr auch Lust auf Pralinen? Hallo, ich bin by the way wieder da. Ich möchte die Pralinen noch mal. Ich möchte die Pralinen noch machen. Ich habe es auf Schokolade. Ich habe die Pralinen noch mal. Ich habe die Pralinen noch mal. So, packen wir das in den Müll einmal. Hier ist Mutter von der Konsole Mika, du kriegst das Stück Papier nicht. Nee, du hattest dein Papier schon, aber du hast es ja weggeworfen. Keine Ahnung warum. So. Irgendwo dort müsste es weiter gehen. Aber wo? Ich denke immer dort unten links. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ups, ich hab falsches Item benutzt. Ich würde gerne meine Waffe wieder wegsetanke. Ich bin da schwer angenehmer als das Bionette wie das heißt. Komme ich an der Treppe hoch? Oh. Äh, Leiter meine ich? Nee. Nee. Okay, wir müssen erst da hoch. Das heißt, kommen wir aber noch nicht hin. Hier ist die Miste, die wir aktiviert hatten. Das stimmt. Das ist kurz vorm. Das ist Kampf. Ich glaube wirklich, wir müssen da links unten lachen. Ja. Anders kann ich mir das nicht, äh, vorstellen. Sehr gut. Wenn der Mann heinkommt und der erzählt, dass du nächsten Sommer nach Norwegen mit musst. Norwegen. Ui. Norwegen klingt doch cool. Aber es wird teuer. Oh. Ja. Da hast du recht. Ich wollte ausweichen irgendwie. Oh. Oh, das mit diesem Blitz-Effekt an meiner Waffe ändert mich jetzt wirklich mega an Nioh. Das war auch mega cool. 20 Stunden Autofahrt. Ach du Scheiße. Ihr fahrt mit Auto. Warum? Ich hab keine Ahnung. Okay. Das ist natürlich blöd. Da unten war ich doch schon überall. Aber nicht überall. Ach, da unten fehlt mir einiges. Aber irgendwie muss ich doch da oben rechts irgendwie hochkommen. Aber ich weiß jetzt schon, dass wir uns auf fünf Stunden gegenseitig umbringen. Oh. Aber warum musst du denn mit? Was? Macht überhaupt keinen Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn. Ja. 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 Ich bin die Umis voll gruselig. Eigentlich müsstest du da runterfallen. Nein. Du warst grad in der Luft. Du warst grad mitten in der Luft. Du warst grad mitten in der Luft. Du musstest da eigentlich runterfallen. Warum fällst du da nicht runter? Weißt du, ich würde runterfallen? Nee, aber die geht da nicht. Das ist ja mega unfair. Ja. Ja.